Meine Äußerungen zum Kartenspiel vom Drachtenverein am 22. Mai diesen Jahres sind auf heftige Kritik gestoßen. Ich bedauere, dass meine Äußerungen im Streit vom Jogge, Karle, Hansi und Martin so schlimm waren. Die Kritik geht aber so weit, mir zu unterstellen, wie die Klo-Spülung gedrückt, wer der Hansi noch auf dem Klo war. Das finde ich nicht gut. Aber Hansi, so schlimm war es doch gar nicht. Der Karle hat mir sogar meine Reife zerstochen. Ich erkläre hiermit meinen Rücktritt vom Stammtisch. Mit sofortiger Wirkung. Ich danke den Menschen vom Drachtenverein, die mir so arg viel vertrauen in meine jahrelange Arbeitgeber hin. Aber leider, das mit den Reifen hätte es sein müssen. Das waren nämlich niegelnagelneue Reifen vom Gummireifen in Reitlingen und das zahlte immer nur zurück. Zu guter Letzt mein Lieblingszitat. Ich glaube, das passt ganz gut zum heutigen Anlass. Wer anderen eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurst-Bratgerät. Denen jetzt die meisten glaubet, richtig verstanden. Also vielleicht Gisela und der Helmut. Das hat mir Jesus freigemacht. Aber ich glaube, jetzt nehmen wir langsam die Brille ab. Ich glaube, jetzt nehmen wir langsam die Bratwurst-Bratwurst-Bratwurst-Bratwurst-Bratwurst-Bratwurst-Bratwurst-Bratwurst-Bratwurst-Bratwurst. Das war's fürn Eine ZüCL-Bratwurst. Das war's fürnradas.